Ja, weil da ist schon was da unten. Zurück mit euch! Die Linien dürfen nicht brechen! Achtung! Der Tod ist nur der Anfang! Nur die Macht Nords! Ein ehrloser Hinterhalt! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein ehrloser Hinterhalt! Eure Gegenwehr ist vergebens für die Macht Nords! Der Tod ist nur der Anfang! Ein ehrloser Hinterhalt! Ein ehrloser Hinterhalt! So, jetzt versucht der Großbeister, das muss an X fallen! Verteidigt euch! Und genau, er hat drei Schädelmünzen dabei gehabt! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Auf dem Weg! So, du bist da ganz hinten, das ist ja schon mal praktisch! So, wie viel Verluste haben wir? Zwei! Nor ist mit uns! Lasst uns kämpfen! Verstanden! Schickt sie zum Seelenfluss! Alles klar! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Ein feiger Angriff! Hier kommt euer Unterteil! Um alles kaputt machen! Ein feiger Angriff! Das kitzelt! Verstärkt die Deckung! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebildet! Vergebens! Der Tod ist nur der Anfang! Eure Gegenwehr ist vergebens! Sie sind überall! Oh, ich hab um verloren! Ein feiger Angriff! Drei Hexenmeister habe ich verloren! Zwei Hevoks! Ein feiger Angriff! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Nor wird uns rächen! Ja, wir können gerade nichts machen, außer uns ganz langsam hier rauspumsen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Eure Gegenwehr ist vergebens! Die Linien dürfen nicht brechen! Schließt! Schließt die Reihen! Er hat mich bescheid von mir! Ein ehrloser Hinterhalt! Die Linien dürfen nicht brechen! Die Linien dürfen nicht brechen! Der Tod ist nur der Anfang! Feindlicher Angriff! Noch wird uns rächen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Eure Gegenwehr ist vergebens! Schlagt sie zurück! Für die Macht Nords, ein feiger Angriff. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Lasst uns kämpfen. Nor wird uns rächen. Verstärkt die Deckung. Der Tod ist nur der Anfang. Schlagt sie zurück. Die Linien dürfen nicht brechen. Na, wir kriegen sie langsam runtergebrüht. Die Linien dürfen nicht brechen. Überall. Eure Gegenwehr ist vergebens. Äh, 30 hatte ich. Also muss ich 5... ...Plätze auf jeden Fall freihalten. Eure Gegenwehr ist vergebens. Ein feiger Angriff. Der Tod ist nur der Anfang. Aber ja. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein ehrloser Hinterhalt. Tod und Verzweiflung treiben euch. Das ist jetzt gerade wirklich eher Ausdauertaktik als als andere. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Feier Blut wird im Boden trinken. Für die Macht als Krieger. Mehr Havox? Ne, ich hab nicht mehr genug. Aria, ähm, In- und Notsilber. Also... Schattenkling? Schattenkling. Ein feiger Angriff. Ein feiger Angriff. Noch können wir die Treppe zügig gut halten. Nor wird uns rächen. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Nor wird uns rächen. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Die Linien dürfen nicht brechen. Vor allem, weil jetzt wieder Nacht ist. Das heißt, alles, was ich tüte, steigt als Kanon vor das Skelett wieder auf. Eure Gegenwehr ist vergebens. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Na, ein feigster Meister rufen wir noch. Die Linien dürfen nicht brechen. Ist mit uns. Aber nicht so viele. Bei beiden Schmieden stehen mal Necromanden wieder auf. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor wird uns rächen. Ey, Kohl, ich konnte die Kriegsherde. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Aber hey, wir drücken. Drängen die Gegner auf der Seite langsam zurück. Ein feiger Angriff. Nor wird uns rächen. Nor wird uns rächen. Wieder ein Necromat, der bald wieder aufsteht. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Für die Macht Norrs. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Ein feiger Angriff. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein feiger Angriff. Okay, das war jetzt nicht gewollt. Nicht sterben. Aber hey, die vorderen sind noch nicht Akku. Oh, das ist gut. Ein ehrloser Hinterhalt. Ich stehe beant. Die Rune befehlt. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Müssen jetzt nicht eigentlich mehr die Totenbeschwörer wieder aufstehen. Oder sind sie schon und sind schon wieder alle gestorben. Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Norr wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Macht Norrs. Ein feiger Angriff. Die Rune ruhe befehlt. Wird sofort ausgeführt. Ein ehrloser Hinterhalt. Zieht euch zurück, soweit es geht. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Gebt euren Befehl. Vorwärts, Krieger. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Gebt euren Befehl. Glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Okay. Ich würde mal sagen... Wir nutzen diese Verschnaufpause, um zu speichern. Um einen Cut zu machen. Und holen noch ein paar mehr Units. So gut es geht. Jo. Also, let's play speichern. Und dann gibt es jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.